Einen wundervollen guten Tag zusammen, willkommen zurück, heute mal wieder mit Angular und wieder mal Visual Studio Code, sorry. Und ja, nochmal mit den Direktiven. Wir wollen heute ein bisschen mächtiger werden. Wir haben es bislang hingekriegt, dass unser, naja, was auch immer wir damit markieren, roten Hintergrund bekommt. Und diesen roten Hintergrund, den triggern wir, indem wir mit der Maus raufgehen oder die Maus dann eben wieder verlassen. Äh, mit der Maus verlassen. So, jetzt ist das natürlich, ähm, naja, ein bisschen nervig, wenn wir jedes Mal, wenn wir eine andere Farbe haben, eine neue Direktive machen wollen. Und deswegen gibt es die Möglichkeit in Angular, dass ihr solchen Input einfach auch mitnehmt sozusagen. Das heißt, den könnt ihr dann einfach übergeben und könnt sagen, hey, schau mal hier, ähm, ich hätte ganz gerne, dass das, naja, grün ist einmal und rot wann anders. Und ihr könnt einfach denselben Kram hier wieder benutzen. Das heißt, die komplett selbe Direktive. Und das ist halt super hilfreich. Und ja, das wollen wir heute tun. Gut, fangen wir an, ähm, um irgendwie was anzugeben, müssen wir hier das natürlich direkt so setzen. Also wir können zum Beispiel hier sagen, wir hätten das gerne in rot. Und das wollen wir jetzt irgendwie hinbekommen, dass das funktioniert. Ist gar nicht so einfach, könnt ihr mir glauben. Ähm, weil das Problem ist, dass wir natürlich so nur einen einzigen Parameter machen. Das heißt, was wir zuerst mal machen, wir geben die Farbe in rot an, okay? Und das ist jetzt der erste Schritt sozusagen. Das ist auch das, was wir zuerst mal machen wollen. Gut, also, ähm, um hier irgendwas reinzubekommen, ähm, müssen wir natürlich einen Input erwarten. Das heißt, ihr könnt euch das so vorstellen, von der App-Component geht es in die Flash-Direktive rein oder die Flash-Sheet-Direktive rein. Ähm, und deswegen nehmen wir das Ding als Input. So, der Input, das ist ein Makro und das Makro könnt ihr jederzeit einfach aufrufen, indem ihr sagt, addInput, Klammer, Klammer. Und was in die Klammern reinkommt, dazu gleich mehr. Und hier könnt ihr dann angeben, wie eure Variable heißen soll. Das heißt, sagen wir einfach mal Color dazu und sie ist vom Typ String. So, jetzt sagen wir, okay, das sind jetzt Instanz-Variaten. Das heißt, jede dieser Direktiven hat so eine Color, also sagen wir hier, this.color wollen wir haben. Und schon haben wir es eigentlich, schon haben wir diese Color von hier, die müssen gleich heißen in diesem Fall. Color von hier wird hier rein gepiped sozusagen, also quasi hier rein übertragen, in diese Color hier. Die müssen gleich heißen und ist ein String. Und genau so funktioniert im Endeffekt diese Farbe. So, jetzt gucken wir uns das an. Es hat sich nichts geändert. Ich kann es auch gerne nochmal neu laden für die Leute, die mir nicht glauben. Es funktioniert wunderbar. Das Problem ist jetzt natürlich, ähm, wir müssen hier denselben Namen haben. Und wir müssen hier dieses extra Attribut haben. Das nervt uns vielleicht ein bisschen. Deswegen wollen wir das ganz gerne so haben. Wir wollen App Flashy gleich Red haben. Denn die meisten Direktiven werden eigentlich mit einer Variable zu Streich kommen. Und, ähm, das wird denen auch reichen. Wenn ihr mehr als eine Variable habt, dazu komme ich gleich. So, jetzt haben wir natürlich das Problem, unsere Variable hier müsste App Flashy heißen. Und das ist so ziemlich der beschissenste Name, den man sich überhaupt nur vorstellen kann für eine Farbe. Denn er hat überhaupt nichts damit zu tun. Er heißt so wie unsere, quasi unsere ganze Klasse. Ähm, was ja logisch ist. Weil wir müssen hier App Flashy angeben, damit das Ding von der Direktiven erkannt werden kann. Versteht ihr die Zwickmühle? Ähm, deswegen hat man sich gedacht, Mensch, wir wollen trotzdem, dass das Ding Color heißt. Auch wenn wir keine Color direkt, ähm, durchpipen. Und wir wollen es einfach umbenennen. Von App Flashy nach Color. Und deswegen meckert er hier auch ein bisschen. Ich soll das Ding eigentlich nicht renamen. Aber mit App Flashy als Farbe hier zu arbeiten, ist ein bisschen doof. Und deswegen vermeide ich das immer, äh, regelrecht. Deswegen, ja, ich mag das eigentlich ganz gerne so, wenn man hier die, ähm, naja, das verändern kann. Und ja, jetzt schauen wir uns das einfach mal an. Es funktioniert offensichtlich immer noch. Das heißt, wir haben alles richtig gemacht. Ähm, es ist immer noch möglich, hier die Farbe durchzureichen. Und man kann jetzt sogar hier sich dieses Attribut sparen. Das heißt, Color ist gleich Red. Kann man sich sparen. Ähm, ist auch ganz angenehm so. So, wenn ihr jetzt mehrere Variablen habt, dann nehmt ihr hier einfach Color ist gleich Red. Und, äh, Color 2 ist gleich, ups, nehmen wir Blue. Und dann sagen wir hier, okay, das hier ist Color. Und dann sagen wir hier, Add Input Color 2. Auch vom Typ String. Das ist dann wahrscheinlich Blau. Und hier übergeben wir dann einfach this.Color 2. So, und wenn ich jetzt quasi mit meiner Maus weggehe, dann wird es Blau. Wenn ich mit meiner Maus draufgehe, wird es Rot. Das heißt, wir machen hier, ja, okay, wir machen gerade gar nichts, weil ich mich vertippt habe. Okay, ich habe es rausgefunden. Äh, ich hatte hier nicht gespeichert. Sollte man vielleicht auch immer tun. Wenn ich das jetzt mache, hier einfach drüberfahren, dann wird es Blau, dann wird es Rot, dann wird es Blau, Rot, Blau, Rot. Und so weiter und so fort. Das ist eigentlich auch relativ simpel. Das heißt, so könnt ihr mehr als eine Variable übergeben an eure Direktive, wenn ihr das braucht. Aber dann müsst ihr leider in den sauren Apfel beißen, logischerweise, und die dann so hinschreiben. Denn ihr könnt nicht einfach App Flashy ist gleich erster Parameter, zweiter Parameter machen. Ihr könnt, wenn ihr ganz cool seid, natürlich das auch so machen. Red, Blue. Und dann einfach direkt App Flashy ist gleich Red, Blue schreiben. Und dann hier irgendwie in dieser Direktive nur einen Input haben und den dann irgendwie splitten. Und sagen, der erste Bereich ist die Farbe 1, der zweite Bereich ist Farbe 2. Könnt ihr natürlich auch machen. Ähm, ist ein bisschen unsauber eigentlich. Hält aber eigentlich den Code hier auch ein bisschen cleaner. Das ist Geschmackssache. Ich persönlich mag es lieber, wenn ich dann hier Color 1 und Color 2 direkt angebe. Okay. Und ja, das war es von meiner Seite erstmal wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.